... Für Gümnich ist das Fest Christi Himmelfahrt ein Tag von besonderer Bedeutung. Wie hier an der Pfarrkirche des Dorfes kündigen Plakate überall im Land zwischen Köln und Aachen, Düsseldorf und Bonn die traditionelle Reiterprozession an. Am Himmelfahrtssamstag rüstet sich der Ort für das große Wallfahrtsfest, das wahrscheinlich auf einen alten Frühjahrsflurumritt zurückgeht. Auf dem Festplatz bei der Kirche wird der Reiteraltar auf einem gemauerten Podest hergerichtet. Der Baldachin soll ihn vor Sonne und Regen schützen. Ein Umbau aus Glas hält den Wind ab. Das Altarbild zeigt den heiligen Georg. Bei der modernen Ausgestaltung wurde ein Festschmuck gewählt, der auf die Entstehungssage anspielt und auf andere berühmte Reiterprozessionen hinweist. Zum Beispiel erinnert das Wappentuch zur Umkleidung der Brüstung mit seinen Emblemen an die Geschehnisse während des fünften Kreuzzuges, auf den der Ritt zurückgehen soll. Wie die Sage berichtet, geriet bei der Belagerung der ägyptischen Stadt Damiet, ein Ritter aus dem Geschlecht der Schlossherren von Gümnig, mit seinem Streitross in die Nilsümpfe. Er gelobte diese Reiterprozession und wurde mit Gottes Hilfe durch ein Schilfhuhn aus der Gefahr gerettet. Die Tafeln, die den Festplatz umsäumen, zeigen die Wappen der bekanntesten süddeutschen Städte, die auch ein altes Umrittbrauchtum bewahren. Auf dem Platz rechts neben dem Altar steht vom Maifest her noch der Maibaum. Einer der beiden Adjutanten, die den Reliquienträger beim Umritt begleiten, holt beim Ortspfarrer seine Montur ab. Die Reiterstandarten und Wimpel, die das Jahr über ihren Platz in der Kirche haben, werden zu den Sammelplätzen der beiden Gümniger Schützenvereine gebracht. Die bunten Standarten erinnern mit ihren Zeichen ebenfalls an den mittelalterlichen Kreuzzug. Schon am Vortage werden von der Dorfjugend auf den Straßen die Prozessionsfähnchen verkauft. Der Ort soll sich im Festtagsschmuck zeigen. Früher hatte jedes Haus seine regelmäßig wiederkehrenden Pilgergäste aus den umliegenden Dörfern. Heute ist Gümnig am Ritttag auch zu einem Anziehungspunkt für Schaulustige geworden. Wo so viele Menschen zusammenkommen, finden sich auch die Schausteller ein, die ihre Buden und Karussells an der Hauptstraße aufbauen. Der volksfrommige Halt zeigt sich am einprägsamsten an den Vorprozessionen. Während am Himmelfahrtsamstag das ganze Dorf noch mit den Vorbereitungen beschäftigt ist, ziehen zahlreiche kleinere Pilgergruppen zu Fuß oder auf Wagen ganz ohne kirchliche Mitwirkung den Prozessionsweg und den Ort herum. Sie kommen alle von auswärts. 1961 zählte man 25. Die Gümniger selbst, vor allem die Frauen, die am traditionellen Termin wegen der Gäste ans Haus gebunden sind, halten eine Nachprozession am Pfingstmontag. Auch in den Höfen wird Festtagsputz gehalten. Vor allem müssen die Pferdeställe hergerichtet werden, die heute meist leer stehen, wenn sie nicht schon zu Traktorgaragen umgebaut sind. Von weit über 100 Pferden, die es vor dem Krieg in Gümnig gab, waren 1962, im Jahr dieser Aufnahmen, noch elf vorhanden. Diese Burschen fahren in eines der Nachbardörfer, um sich dort Pferde auszuleihen. Auch wer kein Pferd mehr besitzt, verwahrt für den Ritttag noch Sattel und Zaumzeug. Hier ist gerade ein Pferdetransport aus der Eifel eingetroffen. An den Vorsonntagen waren zahlreiche Bauern und die Mitglieder der Schützenvereine unterwegs, um sich die benötigten Reittiere zu besorgen. Vielfach hat sich ein festes Verhältnis zwischen den Gümnigern und den Eifler Pferdebauern eingespielt, die dann am Himmelfahrtstag herkommen, um ihre ausgeliehenen Pferde beim Ritt zu sehen. Die Pferde werden hier vor einem größeren Bauernhof ausgeladen, wo die meisten für die Nacht in einem behelfsmäßigen Sammelstall bleiben. Wer selbst einen Platz freimachen kann, führt sein Tier heim. Am späten Nachmittag, wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, werden überall in den Höfen die Pferde geputzt. Dieser Bauer, ein Offizier der St. Sebastianus Schützengesellschaft, besitzt noch ein eigenes Pferd, das er hauptsächlich für den Ritttag hält. Es wird sorgfältig gestriegelt und gebürstet. Die Mähne wird glatt gekämmt. In einem anderen Hof ist man gerade dabei, die Hufe zu waschen und zu schwärzen. In den Sammelstellen finden sich die Reiter zum gemeinsamen Pferdeputzen ein. Mit besonderer Sorgfalt geht der Hauptmann der St. Kunibertus-Schützenbruderschaft zu Werk. Hier die große Wäsche mit Reihlauge. Das nasse Schweifhaar bleibt über Nacht zum Zopf geflochten, damit es am Festtag lockig fällt. Der Rostkamm soll aufrecht stehen und muss kurz geschnitten werden. Auch Zaumzeug und Sattel werden in Ordnung gebracht. Alle Metallteile müssen blinken. Manche Burschen tragen die Kinnkette vom Gebiss tagelang in der Hosentasche herum, damit sie sich blank scheuert. Das Stirnband am Kopfstück zeigt die Farben der Kunibertus-Bruderschaft. Auch die Schützenuniform wird in Ordnung gebracht. Auf Waffenrock und Federhut darf sich kein Stäubchen zeigen. Der Degen muss blitzen, wenn er beim Präsentieren gezogen wird. Am Abend werden überall im Dorf die geliehenen Pferde eingeritten. Beim Dorfschmied, der nur noch selten mit Pferden zu tun hat, wird ein verlorenes Hufeisen ersetzt. Aus der Schmiede geht es wieder zurück. Zurück in den Stall. Über dem Portal des Gümlicher Schlosses bringt der Kastellan zum Zeichen des bevorstehenden Festes die Schlossstandarte an. Sie wird nach altem Brauch bei der Prozession mitgeführt. Das Schlosswappen in der Eingangshalle zeigt als Helmzieher das Schilfhuhn, auf das sich die Sage von der wunderbaren Rettung des Kreuzfahrers bezieht. In der Schlosskapelle werden als Reliquie Kreuzpartikel aufbewahrt, die der Ritter von Gümlich aus dem Heiligen Lande heimgebracht haben soll. Auch diese Reliquie wird beim Umritt über die Fluren getragen. Der Schlossherr entnimmt sie dem Futteral und setzt sie für den morgigen Tag in das Umhängekreuz ein. Das Geschehen am Himmelfahrtstag beginnt in aller Frühe mit dem Wecken in den Dorfstraßen durch das Gümlicher Tambourchor. Die zahlreichen auswärtigen Besucher stellen ihre Fahrzeuge in den Nebenstraßen und draußen auf den Flurwegen ab. Die Reiterabteilung der St. Sebastianus Schützengesellschaft tritt an. Die Standarten für den Umritt werden aufgenommen. Die schweren bunten Feldzeichen, die der Prozession das Gepräge eines mittelalterlichen Kreuzzuges geben, werden in einen Lanzenschuh am rechten Steigbügel eingesteckt. Ein über die Schulter gehängter Lanzenriemen sichert sie gegen den Wind. Die Reiterschar rückt ab zum Sammelplatz der Fußschützen. Gemeinsam geht es weiter zum Gümlicher Schloss, wo die Sebastianus Schützen die Kreuzreliquie in Empfang nehmen werden. Auf dem Festplatz wird inzwischen der Altar für die Reitermesse hergerichtet. Der geweihte Altarstein kommt an seinen Platz und das Messkruzifix wird aufgestellt. Der zweite Schützenverein des Dorfes, die St. Kunibertus Schützenbruderschaft, tritt vor dem Hause ihres Hauptmannes an. Hier ein berittener Brudermeister der Schützen. Die Standarten sind übernommen worden und die Reiter warten auf ihren Hauptmann. Der Zug bricht auf, um den Schützenkönig abzuholen. Die Schützen haben sich vor seinem Hause aufgestellt. Im Schmuck der Königskette tritt der Schützenkönig heraus und schreitet die Front ab. Anschließend ziehen auch die Kunibertus Schützen zum Schloss, wo sie die Schlossstandarte übernehmen werden. Ein Brudermeister der Fußpilger – der Brudermeisterstab hat das Jahr über in einer Ecke seiner Schusterwerkstatt gestanden – macht sich für die Pilgermesse fertig. Die Messe für die Fußpilger wird in der Kirche gehalten. Sie beginnt eine ganze Stunde früher als die Reitermesse draußen auf dem Festplatz. Die Fußprozession, die für die Wegstrecke von etwa 12 Kilometern mehr Zeit braucht als die Reiter, bricht entsprechend früher auf, um mit diesem gemeinsam wieder in den Ort einziehen zu können. Die beiden Schützenvereine sind während der Fußpilgermesse auf dem Wege zum Schloss. Die Schlossherrschaft erwartet sie an der Einfahrt. An der Brückenbrüstung steht schon die Standarte bereit. Daneben liegt auf einer kostbaren Schabracke das Reliquienkreuz. Als Erste kommen die Kunibertus Schützen an. Der Graf übergibt die Schlossstandarte mit den Worten Im Andenken an den Ritter Johann von Gümnich tragen sie die Standarte über Gümnichs Fluren zur Ehre Gottes. Während die blau-weißen Kunibertus Schützen zum Festplatz abrücken, treffen die grün-weißen Sebastianus Schützen ein. Sie tragen die heilige Kreuzpartikel über Gümnichs Fluren, um Gottes Segen über diese zu erfleden. Im Dorf ist unterdessen die Pilgermesse zu Ende gegangen. Die weißen Mädchen stellen sich auf. Sie sollen die Fußprozession, die schon auf den Abmarsch wartet, an den Ortsrand hinausgeleiten. Auch eine Abordnung der Fußschützen gibt das Ehrengeleit bis zum Dorfausgang. Der Pilgerzug wird von drei Vorreitern mit dem Prozessionskreuz angeführt. Die Fußprozession Wenn die Reitern sich in die Flur hinaus begibt, finden sich die berittenen Prozessionsteilnehmer auf dem Festplatz zur Reitermesse ein. Manche von den bäuerlichen Reitern aus den Nachbardörfern haben einen Anritt von mehreren Stunden. Von den zahlreichen Maien geschmückten Gespannen, die in früheren Jahren von auswärts kamen, ist ein einziges übrig geblieben. 1956 waren es noch 30 Pilgerwagen. Am Reiteraltar übergibt die Abordnung der Sebastianusschützen das Reliquienkreuz vom Schloss an den geistlichen Herrn, der es segnend über die Felder tragen soll. Die Priesterschaft zieht zur Feier der Messe an den Altar. In mehreren langen Reihen sind vor dem Altar die Pferde aufgestellt. Die Reiter bleiben während der Messe im Sattel. Nach dem Gottesdienst begeben sich Ministranten und Priester zum Aufsitzen auf den nahegelegenen Schulhof, wo die Pferde für sie bereit stehen. Währenddessen formiert sich die Reiterprozession auf der Straße. Der Hauptbrudermeister an der Spitze gibt das Zeichen für den Beginn des Prozessionsgebetes und für den Anritt. In die Mitte des Zuges gliedert sich die Priestergruppe ein, die hier aus dem Schulhof ausreitet. Die zweite Hälfte der Reiter schließt sich an. Das Spalier der weißen Mädchen wartet schon am Dorfausgang, um die Reiterprozession zu entlassen. Bis hierher wird der Zug von einer Blaskapelle begleitet. Er wird angeführt von den Kunibertus-Schützen mit der Schlossstandarte. Im Zentrum des Zuges reitet die Geistlichkeit. Dabei der Priester, der die Reliquie segnend vor seiner Brust trägt. Die Sebastianus-Schützen und die auswärtigen bäuerlichen Reiter schließen sich an. Den Schluss bildet der Reiterverein mit seinen Gästen und der Pilgerwagen. Draußen auf dem Pilgerweg zieht die Fußprozession gerade am zweiten Flurkreuz vorbei. Das ist der Punkt, an dem sich die vom Dorf aus zunächst nach Westen ziehende Prozession nach Norden in die weite Ackerflur der Erftniederung wendet. Der Vorsprung gegenüber der Reiterprozession hat sich merklich verringert. Trotz des Pferdemangels beteiligen sich noch 158 Berittene. Die Anzahl der Reiter nimmt von Jahr zu Jahr ab. 1935 waren es 517, die bis 1956 auf 230 zusammenschrumpften. Dagegen ist die Zahl der Fußpilger mit 1500 bis 2000 in letzter Zeit konstant geblieben. Nur ein knappes Drittel der Prozessionsteilnehmer kommt aus Gümlich. Mit den Fußpilgern, die hier auf einem der Gewannwege einherziehen, die genau an der Gemarkungsgrenze des Dorfes entlang führen und den nachfolgenden Reitern, bildet die Prozession einen unübersehbaren Zug, der die Ackerflur Gümnings umrundet. Die Fußprozession mit den drei Vorreitern nähert sich hier dem Pausenkreuz, einem Flurkreuz, das die ungefähre Hälfte des Weges markiert. Es ist verwittert und der Wind hat es an einem der Vortage umgeworfen. Hier geben die Brudermeister, voran der Hauptbrudermeister, das Zeichen für die Gebetspause. In den Jahren, in denen die Frucht zur Himmelfahrt noch nicht hoch genug steht, werden hier am Vortage Haufen von Strohballen aufgestellt. Die Reiter, die kurz vorher zu den Fußpilgern aufgeschlossen haben, halten die Pause mit ihnen gemeinsam. Pilger und Reiter stärken sich für den Rest des Weges. Während der Pause geht der Zug durch die Flur weiter. Nur das Gebet schweigt. Die Pferde spüren die gelockerten Zügel. Wo der Weg sich ostwärts wieder dem Dorfe zuwendet, ist die Pause zu Ende. Im Wegeknie gibt der erste Brudermeister das Zeichen für den erneuten Beginn des Gebetes. Es wird von den übrigen Brudermeistern aufgenommen, die auf den ganzen Zug verteilt sind. Die Brudermeister, die sich rechts abgesetzt vom Zuge durch die Saatfelder bewegen, die regieren auf diese Weise den Gebetsrhythmus und die Ordnung der Prozession. Mittag ist bereits vorüber, wenn sich die Spitze der Pilgerschar wieder dem Dorfe nähert. Fußgänger und Reiter sind von der Beschwernis des langen Weges ermüdet. Doch unablässig schallt das Gebet über die Fluren. »Und ältest 34 – Jesus Christus Christus Karas Obed – Umut. Jesus Dr. Benedikt in Kristus Ja qual- und Sелеin��ura auf derластиbeine Rösselccamin – »Und ältest unserer Hälfte und Leitmeldung, ses embere summuliert den Leitmeld. Moritz civuna, Jesus Christus Karas Obed – Beine Winther %. Am Ortseingang wird die Prozession von den weißen Mädchen abgeholt. Der Ortspfarrer, der sich von der berittenen Priestergruppe getrennt hat, ist vorausgeeilt. Er übergibt sein Pferd dem Geistlichen, der beim Einzug der Reiter den Pferdesegen erteilen soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf dem Festplatz endet die Prozession. Fußpilger und Reiter ziehen hier gemeinsam vor dem Feldaltar auf, um den sakramentalen Segen zu empfangen. Damit endet die religiöse Feier. Jetzt beginnt im Ort das Dorffest. Durch das dichte Menschengewühl auf den Straßen streben die letzten Reiter mit ihren Pferden den Stellen zu. Hier das Absatteln beim Reiterverein. Nach dem Tränken werden die geliehenen Pferde verladen. Nun kommen auch die Schausteller auf den Straßen zu ihrem Recht. Der Jahrmarktsrummel hält jung und alt auf den Beinen, bis in den Schützenhäusern der Reiterball beginnt. Er war früher in der weiten Umgebung als Heiratsmarkt berühmt und ist heute immer noch ein Treffpunkt für die bäuerliche Bevölkerung der Erftniederung. Der Jahrmarktsrummel Der Jahrmarktsrummel Der Jahrmarktsrummel Der Jahrmarktsrummel